Der Magdeburger Zoo und die Gemeinde Barleben arbeiten weiterhin zusammen. Dafür unterzeichneten Oberbürgermeister Dr. Trümper und Barlebensbürgermeister Frank Nase eine Erneuerung des bisher bestehenden Kooperationsvertrages. Aufgrund gesunkener Gewerbesteuereinnahmen hatte die Gemeinde Barleben die Unterstützung für den Zoo beendet. Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper verbindet den neuen Vertrag mit dem Wunsch für eine ebenso erfolgreiche Weiterentwicklung und Steigerung der Attraktivität des Zoos. Das zur Freude und Entspannung und Bildung der Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt und ihrer Gäste. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit, so Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper. Barlebensbürgermeister Frank Nase ergänzt, als Bürgermeister einer Kleingemeinde und auch als Familienvater freue ich mich, dass wir zu dieser bemerkenswerten Einigung gekommen sind. Für die Zukunft sehe ich hier ein gefestigtes und krisensicheres Miteinander. Unsere Kooperation und die gelebte Verbindung sind für mich als Bürgermeister ein offenes Zeichen für eine lebendige Region, eine tatsächliche Koexistenz, bei der jeder Partner seine Stärken einbringt. Insbesondere geht es um die Vermarktung des Magdeburger Zoos zur Gewinnung von neuen Gästen. Die Gemeinde Barleben will die Werbekampagnen des Zoos unterstützen. Für das Geschäftsjahr 2019 zahlt die Gemeinde Barleben einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 200.000 Euro an die Magdeburger Zoo GGMBH. Ab 2020 beträgt der Zuschuss 100.000 Euro pro Jahr. Im Juli 1950 öffnete der Magdeburger Heim, Heimattiergarten, seine Pforten. Heute hat der Zoo einen Tierbestand mit über 1000 Zootieren in 223 Arten. Darunter sind viele von der Ausrottung bedroht. Diese werben als Botschafter für den Artenschutz. Zudem machen sie den Zoo über die Landesgrenzen hinaus bekannt. In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat Magdeburg über 30 Millionen Euro in die Umgestaltung des Zoos investiert. Seit vielen Jahren unterstützt auch die Gemeinde Barleben den Zoo. So spendete sie zum Beispiel 2003 Geld, damit Sicherungsmaßnahmen bei der Elefantenhaltung im Dickhäuterhaus eingebaut werden können.